Servus liebe Leute und ein Willkommen zurück zu einem weiteren Teil der Pokémon Radical Red Ausgabe. Oh yeah! Yo, wir befinden uns jetzt hier in dieser netten kleinen Orts- und Hafenstadt, dessen Name mir mal komplett entfallen ist, zumindest im Deutschen. Und ja, eine kommende Arena steht natürlich uns mit bevor, und zwar die Arena vom Major Blubberbob. So nenne ich die quasi immer freundlicherweise. Ähm, gibt allerdings nur folgende Nachteile. Zum einen, wir müssen erst zu MSN, weil wir haben ja quasi noch keinen Zerschneider. Und zum anderen, unser derzeitiges Team wäre auch in der jetzigen Form, wie auch immer dann hier das Level-Limit jetzt mit ist, ähm, mal absolut nicht zu gebrauchen, weil Elektro-Arena und ich habe zwei Pokémon, die natürlich hier quasi von Elektro-Attacken förmlich zerlegt werden, wäre das gerade jetzt nicht so der passende Momentum schlechthin. Ähm, von daher ist es halt eben jetzt für mich zumindest von großem Interesse, dass ich halt eben mir da mal Gedanken machen muss über ein anderes Team. Ähm, na gut, was soll's. Ich denke mal, wir gehen heute mal auf eine große Schiffsreise, weil ich habe generell vor, ähm, Zerschneider noch mitzuholen, weil, wenn wir uns quasi noch mit Zerschneider holen, können wir uns dann eben dann auf drei Routen, unser noch drei Routen-Encounter noch mitholen. Im allerbesten Fall wären das dann, also wären die Diktahöhle, wir haben dann Route 11 und wir haben dann von Azura City rechts, also für euch dann hier rechts wiederum, haben wir dann quasi dann dort, ähm, noch eine Route, die halt eben dann in Richtung, ähm, Fels-Tunnel mitfühlt. Und, also hätten wir dann sogar vier potenzielle Routen-Pokémon, weiß ich halt eben nicht, aber ich denke mal, ich gehe da mal so ein bisschen übervorsichtig mit ran. Ähm, gut, wie dem auch sei, ich denke mal, wir gehen erstmal heute hier straight erstmal hier in Richtung, ja wie gesagt, in Richtung zur MSN. Dann zeigen wir uns mal quasi das schöne Ticket, machen wir eine kleine Schiffsfahrt, eine stationäre Schiffsfahrt, so in diesem Sinne. Und, wollen wir dann mal unseren Kapitän mit besuchen und so nebenbei mit erwähnt, wir werden ja quasi hier wieder unseren Rivalen wieder mit begegnen. So, in diesem Sinne. Also, ähm, bevor wir natürlich dann zum Kapitän mitkommen, ich denke mal, wir gehen einfach mal zum Reinspaß und Freude mal in einige Trainerkäufer mal mit hinein, mal sehen, wie die quasi mit aufgestellt sind. Und, vielleicht gibt es noch das ein oder andere Item, aber wo fange ich denn überhaupt an? Wir fangen mal, komm, komm, wir fangen mal hier unten an. Und, für gewöhnlich, dachte ich mir doch schon, befindet sich hier ein Item. Na schön. Gut, also, wir haben ja zumindest dann heute vor, ja wie gesagt, so eine kleine stationäre Schiffsreise hier mit zu tun. Ähm, ich möchte mich ja dann zumindest ja auch ein bisschen mal drauf, ähm, vorbereiten für den nächsten Arena-Kampf. Major Bob, der hat quasi selber seinen Signature-Pokémon, also quasi Raichu hier mit am Start. Ähm, mal sehen, was hat denn da noch so regulär? Ähm, da kann, da kann, da kann, da kann, Volterball oder vielleicht auch schon Elektroball mit haben. Weil ich glaube, Elektroball entwickelt sich ja auch relativ frühzeitig, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ähm, denke ich mal, doch, ja. Ähm, was ja dann, äh, die Folge mit hat, dass hier dann, äh, also ich brauche definitiv mindestens ein Boden-Pokémon. Die Betonung liegt auf mindestens eins. In der Diktar-Hülle, da ist es mehr als offensichtlich, dass ich dort ein Boden-Pokémon mitbekomme. Und, äh, so wie es der Name schon mit herleiten tut, auch ein, ähm, Boden-Pokémon wie Diktar oder vielleicht auch Diktri. Vielleicht, äh, wurden dort noch andere mit reingepackt, weiß ich natürlich noch nicht ganz genau. Äh, müssen wir natürlich mal sehen. So, Wuli will Gardswap erlernen. Gut, warte mal sehen. Gardswap, 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 Gardswap. Äh, der Benutzer benutzt psychische Kräfte, um quasi die Veränderungen der Defensive und Spezialdefensive mit dem, äh, Gegner zu tauschen. Was also quasi mit bedeuten, wenn der Gegner sich jetzt, äh, physisch oder speziell defensiv sich jetzt, äh, boostet, kann ich ihm einfach mal seine Werte mal klauen. Hm. Ich denke mal, verkehrt wäre das wahrscheinlich nicht, weil, äh, Defensive Curl, ähm, erhöht ja quasi nur meine physische Verteidigung. Und Wuli hat ja quasi alleine auch durch seine Fähigkeit ja quasi das Bedürfnis, ja nur wenig physischen Schaden einzustecken. Ich denke mal, vielleicht wäre das eine gute Option. Das behalte ich mal so im Hinterkopf. Also, es wird im Übrigen auch heute wieder ein sehr langer Part mit werden. Das habe ich mal an dieser Stelle mit gesagt. Und ich möchte da auch an dieser Stelle hier gleich hier an einem Zuschauer hier mal mit, ähm, eingehen. Und zwar an den guten Nobody. Ähm, ein, äh, treuer, äh, Zuschauer, ähm, muss ich natürlich sagen, äh, finde ich natürlich richtig klasse, äh, von dir. Ähm, du darfst dich halt eben hier mit geehrt fühlen. Und zwar aus folgenden Gründen. Zum einen, dass ich dich ja quasi mitgrüße. Und zum anderen, ich möchte ja quasi auf deine Frage mit eingehen, dass du halt eben auch sehr gerne nach einem Pokémon quasi mit benannt werden möchtest. Ähm, da du natürlich jetzt keine spezifische, ähm, Angabe gemacht hast. Gut, wäre jetzt auch hier diesen Hack etwas sehr schwer möglich. Zum einen müsst ihr dann dieses jeweilige Pokémon tatsächlich mit eintreten. Oder beziehungsweise auftreten. Und ich müsste auch noch mit einfangen mit dem ganzen dran und drum. Und hat man nicht gehört. So, in diesem Sinne. Ähm, was dann die Folge hat. Ähm, ich möchte quasi, äh, das nächste Pokémon, was ich quasi mit fange, dann, ähm, dich dann hier mit verehren. So, in diesem Sinne. Das steht schon mal definitiv mit fest. Und, ähm, ich darf es natürlich auch gleich mit erwähnen, dass ich dann eben erst jetzt, ähm, darauf mit, ähm, anstoße. Hängt ja quasi hier noch einmal mit zusammen. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal in den letzten Part mal mit erwähnt. Ähm, ich nehme ja quasi viele Parts hier quasi im Voraus mit auf. Das bedeutet natürlich, äh, dass es so, wenn ich auch so frei habe und am Wochenende, dann nehme ich quasi so 10, 15 Parts im Voraus mit auf. Was natürlich halt eben dann die Folge hat, dass ich dann auch einige, ähm, Fragen oder so, dann erst der Wahnsinn, später dann überhaupt das Müll eingehen kann. So, in diesem Sinne. Also, ähm, gut, ist halt eben dann jetzt so ein Ding. Ähm, gut, wie dem auch sei. Ich denke aber trotzdem, wir gehen das Ganze mal hier positiv mal mit an. Auch wenn wir halt eben dann erst im nächsten Part, dann in diesem Sinne, dann, ja, ein Pokémon mit fangen werden. Aber gut, ähm, wir gehen das einfach mal, sind wir die ganzen dran und drum halt eben mal mit an. Und ich werde mir mal überlegen, dass ich, ähm, deinen Name quasi mit würdige. Ich weiß zwar noch nicht, ähm, bei welchem Pokémon das denn mit eintreten wird. Kann vielleicht ja quasi dann bei einem Borden-Pokémon mit sein. Vielleicht auch ein Pokémon wahrscheinlich auf der rote, äh, warte mal, während der Diktai-Höhle. Und dann haben wir dort rote 11 müsste das, glaube ich, sein. Doch, ich glaube, rote 11 ist das dort oben. Ich glaube, ja, doch, 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 doch. Das müsste so sein. Aber da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Und dann hätten wir, ich glaube, noch, ähm, oben, da hätten wir dann quasi doch noch, äh, zwei roten mit aufgestimmt, habe ich ja quasi mitgesagt. Ja, stimmt, drum. Ähm, da muss ich natürlich mal sehen. Aber, ähm, immer eins nach dem anderen, sage ich mal. So, in diesem Sinne. Und, das bedeutet natürlich dann so im Endeffekt, es wird halt eben dann erst ein bisschen später in diesem Fall ja mit werden. Aber, komm, was soll's. Das, das machen wir natürlich mit hin. So, ähm, hätte ich dich schon mal mit, ähm, abgefrühstückt, äh, das heißt, ich gebe quasi auch hier nochmal so, äh, die ganze Kurzgebung schon mal mit raus. Ähm, wenn auch gerade du hier ein Pokémon von, zumindest vom Namen her mit sein möchtest, dann schreibt das mal gerne mal mit in die Kommis. Ähm, und, äh, dann werde ich das auch in diesem Fall mit berücksichtigen. Aber, ich darf es nochmal mit betonen, dass ich quasi einige Parts hier im Vorschau mal mit aufnehme, kann es dann eben dann etwas sehr lange dauern. So, in diesem Sinne. Weil, ähm, ja, gut, ist einfach so. Ich meine, ich könnte es vielleicht auch so machen, nur einen Part mit aufzunehmen, das mit veröffentlichen. Aber, ähm, bei meiner derzeitigen geringen, ja, Videoaufrufe, wie der gab es in diesem Sinne, würde es dann eben dann, für mich zumindest in der Form, relativ, ähm, schwer werden, überhaupt dann auf Zuschauerfragen mit einzugehen. Wenn ihr dann, ich muss zugeben, mal quasi keine mitkommen. Oder kaum Wäsche. Äh, ist natürlich dann eben dann ein bisschen blöd. Gut, ähm, wie immer es sei, schweifen wir erst einmal von der regulären Thematik hier mal mit ab und, äh, ja, orientieren wir uns dann eben darauf, dass wir hier quasi, ähm, ja, den ganzen, ähm, Schiffs, äh, Passagierbund erst einmal hier wegklatschen. Seid das jetzt hier reguläre Passagiere oder, wie wir gerade hier mit sehen haben, hier die ganzen Matrosen, dass wir diese alle hier mal eine Runde vermöbeln, weil diese quasi nicht alle an ihren Arbeitsplatz mit sind. So in diesem Sinne. Und von daher gucken wir natürlich mal nach erstlösch. Hallösch'n. Ich weiß nicht, was wir geben auf den Copycat. Ich hab jetzt mal richtig Bock drauf, mal ein erstlösch mal als Konter mit rauszuholen. und, ähm, okay, gut. Stimmt. Erstlösch'n. Ja, ist gut. Stimmt. Hat ja eine 5%ige Wahrscheinlichkeit, dass es missen tut. Und was für ein Zufall. Diese 5% Wahrscheinlichkeit ist mit eingetreten. Hm. Ich glaube, ich, äh, bin ja jetzt schon wieder irgendwie guter Dinge, was zum Beispiel potenzielle Hex mit betrifft. Nicht. Na schön. Gut. Ähm, 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 ich denke mal, wir gehen mal hier mit Magic mal mit rein. Vielleicht kann hier so Magic den einen oder anderen, ähm, Gegner auch, Klaas, hier noch mit der Weglatschen. Müssen wir natürlich mal sehen. Und, ähm, mal sehen. Hab ich jetzt in jedem Raum jetzt hier so einen Kampf gegen irgendeine Matrose oder eben dann weiter oben dann mit Passagieren? Äh, na gut, was soll's. Komm, nimm sie mit. Hallösch'n, Croconeau. Warte mal, das Vieh kann doch nicht zufälligerweise Eis zahlen. Das wäre jetzt etwas leicht kontraproduktiv, wenn das Vieh jetzt mit den Eiszahlen kommen würde. Es ist zwar kein Step, aber das, äh, macht mir durchaus viel Schaden. Aber es kräft so physisch an. Komm, ne, dann machen wir's anders. Magic muss erst mal noch warten. So, in diesem Sinne. Das muss erst mal bekommen. Und, ja, dachte ich mir schon, Eis zahlen. Es hätte mich jetzt extrem stark gewundert, wenn das Vieh jetzt noch, ähm, einen, Eisfang-Freeze das mit erzeugt. Das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Uh. Bis, ähm, Flinch. Jawohl, läuft doch. Scary Face, und gut, kann mir eigentlich mehr gestohlen bleiben. Ich wechsle sowieso gleich wieder aus. Auch wenn quasi jetzt, äh, Crocodile mich jetzt ausbieten sollte. Nö, ausbietet mich nicht. Alles klar. Tschüssikowski und, äh, bye-bye. So, in diesem Sinne. Läuft doch. Sammy kommt noch auf Level 33. Jawohl. Hm, Aquatel wird er lernen. Hm. Ich muss mir bedenken, der entwickelt sich auch schon auf Level 36, sicher dann wird weiter. Auch wenn ich jetzt momentan das aktuelle Level-Limit ja noch nicht einmal kenne. Obwohl, das Level-Limit ist aktuell in der Arena, das brauche ich mir sowieso. keine Gedanken zu machen, weil du Level-Limit ja sowieso lieber stärker als, äh, das stärkste Pokémon des Arena-Leiters. Also gut, was weiß. Aber was mache ich denn hier? Welchen Aquatel mit lehren? Hm. Ich sag mal, nein. Aquatel, 90, 90, Flap-Turm 60, 100, bis 60, 100, Rapids bin, 50. Seit wann hat Rapids bin überhaupt 50 Stärke? Okay. Äh, unsere Power-Up-Hit, also kann ich quasi mit drin lassen, quasi Aquatel, nee, braucht er nicht. Braucht er nicht. Akkursinn davon, ähm, Sammy, oder wie gesagt, ähm, Totok würde dann, spät ja dann vermehrt ja speziell offensiv angreifen, wenn ich mich nicht irre, was er dann die Folge hat, ich müsste dann so oder so dann, anders mit rangehen. Komm, wir schicken mal Mr. Lee mal mit rein. Mr. Lee hat auch mal das Bedürfnis, bei mir zu kämpfen. Und, ähm, mal gucken, ob wir vielleicht noch hier Magic noch eine Runde knirscher, hallösch, was ist denn da los? Ähm, das Bedürfnis hat eben dann auch nochmal hier in den Kampf mitzugehen, so in diesem Sinne. Ein Bidi, Zah, nee, Bidi, was mit knirscher, hallösch, aber weitaus mehr, ähm, leistungsfähiger, muss ich sagen, als in der vierten Spielgeneration per Standard, weil da hat quasi ein Bidi-Fass, wenn er sich weiterentwickelt, von den Wassertyp, die es dann noch mit hinzubekommt, nur einen einzigen Step-Move. Und dieser nennt sich Aquaknarre, was es auf Level 15 erlernt. Weiß ich das, wie auf Level 15 sich da dann schon weiterentwickelt. Also erlernt er sonst keine andere, außer per VM existierende Wasserattacke. Und ich meine, so ein Feed, das kann ja auch quasi richtig böse werden, wenn du es, oh, hallo, Gigasauger, hey, das nehme ich doch halt eben gerne mit. Ähm, wenn du zum Beispiel, Beispiel, ähm, auf, wie wir gerade mit gesehen haben, mit Knirscher oder mit, ähm, mit Kaskade und Schwertanz und all so ein Spaß mit kommst. Oh, kann das wie Schwertanz? Kann sein, weiß ich nicht. Gut, mal sehen, Gigasauger, das nehme ich auf jeden Fall mit, weil das kannst du immer gut mit gebrauchen. Komm, ich denke aber, wir hauen mal hier Moonlight raus, das brauchen wir nicht. Und ich bin natürlich auch richtig froh darüber, dass Mr. Lee so gesehen ja den Step-Hyper-Zahn ja ordentlich weggesteckt hat, weil das hat natürlich dann schon wahnsinnig viel Schaden mit verursacht. Finden wir erst jetzt noch mit auf, weil ich das gerade so witzige. Böse, 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 böse. Ähm, ich glaube, ich heile doch mal lieber. Ich heile mal lieber. Ich habe so das Bedürfnis, das mit zu tun. Jetzt setzen wir gleich hier noch einen mit ein. Wozu haben wir denn hier die ganzen Heiltrinke? Alles einsetzen, was irgendwie mit da ist. Das hier noch. Oh komm, einen Trank setzen wir noch mit ein für einheitlichen, ähm, ein paar P. So viel Zeit muss schon mit sein. Die kosten ja quasi ja hier diesen Heck glücklicherweise. gar nichts. Also, fast gar nichts in diesem Sinne. Gut, mal sehen. Hier haben wir. Ja, es ist auch noch zwei Gegner. Na gut, was weiß, dann kann ich wenigstens ja hier, sag ich mal, noch ein bisschen mit trainieren, denke ich mal, oder? Hat doch bestimmt gerade was dagegen. Ähm. Gut, ich denke mal, ähm, ich treffe euch gleich wieder, sobald wir dann hier in der oberen Etage mit sind. Na schön, dann machen wir doch natürlich jetzt hier in der oberen Etage hier mal mit weiter. Und, ich muss doch mal gucken. in welcher dieser oberen Etagen hast du denn eigentlich denn selbst so einen Ruheort? Das muss doch eigentlich hier sein. Also, in Feuerrott und Blattgrün hat er das doch dann hier mit eingeführt. Aber wo, bitte schön? das weiß ich jetzt mal überhaupt nicht mehr, wo das war. Ob das muss doch auch hier relativ am Anfang mit gewesen sein. Also, in Rot, Blau und Gelb, das weiß ich, da hast du das quasi nicht mitgehabt. Da muss ich quasi jedes Mal wieder aus dem Schiff raus. Pokémon Center, Hain, wieder retour, Ticket noch mal zeigen, dann durfst du wieder rein. So, die sind ja okay, warte mal. Der hat jetzt einen Bedroher eingesetzt. Gut, ich bitte der Bedroher juckt Magix nicht, aber etwas anderes macht mir Sorgen, weil das Video kommt safe mit Feuerattacken und ist nicht so reizend. Ich denke mal, komm, wir gehen mal zu Sammy mal wieder rein. Sammy möchte natürlich auch mal wieder mal eine Runde kämpfen und dann gucken wir natürlich mal so nach. Flammrad, Hallöschen. Tja, können wir eigentlich nicht mal vollkommen richtig gestohlen bleiben. Ich denke mal, wir gehen mal rechten Flippton aus. Wir gehen mal auf den Power-Up-Hit. Um es quasi mal generell, um eine Stufe mal zu boosten, dann gehen wir quasi von Flippton. So, in diesem Sinne. Also, ich kann zwar jetzt hier, ich sag mal, keine Staffette mitmachen, weil zum einen habe ich Staffette nicht und zum anderen wurde das ja hier in diesem Hack sowieso mit entfernt, aber ich kann ja dann quasi mit plus 1, sag ich mal, mich aufsetzen und dann im ordentlichen Chip-Damage mitmachen. Gut, was könnt ihr denn noch reinschicken? Wenn der schon ein Feuer-Pokémon mit hat, vielleicht kommt dann noch ein Feuer-Pokémon. Bisher konnte ich aber auch Magic hier nicht immer andersweise mit einsetzen, also nicht immer gegen die beiden anderen Trainer in der letzten Koje unten. Selbst die konnte ich ja quasi nicht so großartig mit einsetzen, so in diesem Sinne. Also das ist schon ein bisschen sehr eigenartig. Na gut, was soll es? Wir finden bestimmt noch irgendwann mal das Momentum, wo quasi Magic ist, ich mal mit behaupten kann. Hier scheint es wohl noch nicht so mit der Fighter sein. Gut, muss man natürlich mal sehen, wie es da lieben wird. Headbutt. Gut, hier, U-Turn. hat er quasi jetzt nur ein Pokémon oder war es jetzt? Ne, war schon alles klar. Na, mal sehen. Was habe ich hier? Alles klar, hier ist es. Ich wollte schon sagen, yo, Okay, Leute, ich mache jetzt mal folgendes. Da ich jetzt keine genaue Vorstellung habe, wie lange das hier noch tatsächlich mit gehen tut, mache ich das erste Mal hier einen Break. Ich war gerade noch im Begriff jetzt sagen zu wollen, ich schneide jetzt so lange, bis wir kurz vorm Käpt'n sind, aber ich denke mal, wir machen hier einen Break. Das heißt, Nobody, du musst dich bitte noch ein bisschen gedulden, erst im darauffolgenden Part, werde ich dann im Video auf Pokémon gehen. Gut, wir sehen uns dann quasi beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao!